Und ich hoffe, ihr seid alle bereit und frisch. So, und ich bin gleich erstmal wieder da, ich bin ganz kurz nochmal aufgeladen. So, und ich bin ganz kurz 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 aufgeladen. Cool, die haben Prank-Cricker schon über 10.000 Cash. Ich komme auch langsam wieder nach oben. Der Playstation gibt auch noch den Usenjet. Ich probiere mich ja immer noch so ein bisschen zu drücken vor den zwei DLCs. Beziehungsweise vor dem, was fehlt. Jax, vom 50. Geburtstag. Ja, ich mitkriege das Jax Geburtstag auch so eine richtig schöne Farmerei-Aktion. Und die geht auf Zeit. Wir sollen auch noch im Ersten dann Ethan Must Die machen. Ich habe mir einen Run angeguckt. Ich frage mich, ob hier noch ein bisschen mehr dazukommt zu dem Band-Footage. Oder was sie sonst noch für DLCs raushauen. Ich sehe nur hier diese vier Videokorsetten. Ich frage, ob das alle bleiben werden oder ob da noch was dazukommt. Ja, wir werden uns Jax vom 50. Geburtstag mal ansehen, denke ich. Ich glaube, ich bin durstig, um das durchzuziehen. Von daher, es verträgt sich am besten mit einer Menge Tortilla-Tips und Nacho-Cheese-Tips. Bier, natürlich, wo sonst. Ich weiß, heute wird nicht mit der Drücke-Berger gespielt. Und dann lassen wir das Ganze mal ruhig anfangen. Okay, wir haben Geburtstag. Können wir uns mal den Band vollschlagen? Das macht ja schon mal Laune. Okay, wir wollen die Party mal starten, würde ich sagen. Gästehaus, Versuchsgelände 1, Haupthaus, Gästehaus 2, Versuchsgelände 2, Haupthaus 2. Okay. Für den Essrang 14 Minuten. Ach du Scheiße. Gucken wir mal. Und füttern sie ihn. Je schneller sie ihn pappsatt machen, desto höher wird ihr Rang sein. Okay. Feinde töten, Zeit verdienen. Sie können den Countdown für eine Weile anhalten, indem sie Gegner angreifen und töten. Erledigen sie Gegner schnell, um eine bessere Abschlusszeit zu erreichen. Mhm. Oh, wir können schon weitermachen. Ach du Scheiße. Okay, so wird gespielt. Heute ist Jack 55. Geburtstag. Daddy. Oh mein Gott, und wir spielen Mia. Oh Gott. Zur Feier des Tages hat die Familie ein besonderes Mahl zubereitet. Aber das reichte dem gefräßigen alten Jack nicht. Und da kommen sie ins Spiel. Finden sie die über das Areal... ...verstreuten Mahlzeiten und bringen sie Jack... ...er, bringen sie sie Jack, um seinen Hunger zu stimmen. Über das Arealverteid können sie verschiedene Arten leckerer Mahlzeiten finden. Sammeln sie die Mahlzeiten ein und bringen sie sie Jack. Sie können Jack füttern, indem sie eine Mahlzeit an Jack benutzen. Alter, der sitzt da ja mit nem... Alter, ich seh den jetzt erst mit seinem Papillchen auf und der Brille. Jedes Mal, wenn sie Jack füttern, wird sich sein Zufriedenheitsbalken füllen. Füllen sie den Balken komplett, um den Abschnitt abzuschließen. Okay. 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 Ist er nicht knuffig? Okay, gucken wir mal kurz. Ich bin wachsinnig hier. Alter, und bei 14 ist... Alter, ernsthaft? Wow, wir können uns bewaffnen. Ernsthaft, wir können uns bewaffnen. Wow, was haben wir denn hier? Alles. Zeitbonus. Äh, das ist schon so gemacht, dass man es nicht beim ersten Mal hinkriegt. Das steht jetzt schon fest. Ich denke, wir werden auch ein Messer brauchen, um Kisten aufzuschlagen. Geh ich mal von aus zumindest. Oh, ich bin hungry. Was ist das so lange? Was ist das so lange? Was ist das so lange? Um... Ich würde sagen, wir fangen mal hier hinten an. Wobei, das würde ich mir aufheben, glaube ich. Da ist ja eh nicht mehr viel eigentlich für genau. Let's go! Oh, Gott. Und sie will nicht rennen. Sie will nicht rennen. Und sie will nicht rennen. Ah, wie geht's. Doch, ich bin fertig. Doch, ich bin dran. Ich bin dran. Oh, ich kann schon wieder nichts mehr aufnehmen. Oh, wir brauchen Platz hier im Momentar, glaube ich. Alter, das ist krass. Alter, Schwede. Alter, das ist krass. Alter, das ist krass. Ich weiß nicht, was wir da gerade aufgesammelt haben, aber es sieht ekelhaft aus. Alter, Schwede. Oh nein, das ist so gut geworden. Oh nein. Ich glaube, wir haben ihm einen Kotze gegeben und er hat ausgekotzt. Oh, oh, shit. Oh, wir hätten das kombinieren sollen. Oh, wir hätten das kombinieren sollen. Ich verstehe. Wir hätten das kombinieren sollen, glaube ich. Alter Schwede. Oh, oh. Oh, fuck. Keine Meinung zu mehr. Das ist schlecht. Aber wir hätten das, glaube ich, kombinieren sollen. Ich glaube, diese Gewürze waren Kombinationskram irgendwie für Fleisch und sowas, damit es mehr ausmacht. Immer noch mehr? Okay. Okay. I'm all right. I can still feel a little more. Oh, hier ist man gerade gar nichts. Okay, und ich hänge. Ich hänge. Alter, das ist ja echt krass. Das soll jetzt aber schon reichen, denke ich. Ach, jetzt, wenn wir eh schon den B-Rang haben, können wir mal kurz hinten gucken. Umso mehr wissen wir dann gleich, wo alles ist. Jeez. Wenn sie dann mal rennen würde, verdammte Scheiße. Ah. Oh, blauer Engel. Was zum Teufel ist das denn für ein Ding? Okay, warte mal. Oh, kombinieren. Ja, auf jeden Fall, was kombiniert. Alter, der blaue Engel gibt mal einen schönen, dicken Zeitbonus. Das ist mir mal gerade aufgehört und sie wird schon wieder nicht rennen. Ey, wenn das hier funktionieren soll, brauche ich entweder einen Controller, einen neuen, oder... Ich weiß auch nicht. Aber desto weniger wir mitnehmen und so Eis, besser wird es eigentlich, denke ich. Oh, das macht 200. Das macht 200, okay. Ah. Warten wir mal kurz. Das möchte ich nochmal neu machen. Oh, Verteidigung und Feuerkraft 1 haben wir gemacht, okay. Versuchst du in der Hellseherei, okay. Okay, das machen wir jetzt nochmal kurz neu. Wir holen uns den blauen Engel, holen uns den dicken Zeitbonus gleich zu Beginn. Ich werde euch jetzt nur erstmal das Nötigste mitnehmen an Waffen, damit wir desto mehr... Also desto mehr Fressen wir mitnehmen können. Mal gucken wir mal. Zuerst einmal nehmen wir, glaube ich, nur die Thumbgun mit. Ne. Ne, wir nehmen die Pistole mit. Wir nehmen die verbesserte Munition mit. Wir nehmen die Team mit. Das sollte erstmal reichen. Heilung brauchen wir erstmal nicht. Hellseherei, dass die Objekte finden, wo... Okay, wäre nicht verkehrt, oder Feierkraft nehmen wir mit. Warten wir mal kurz. Wir nehmen erstmal da die 10 rein. Perfekt. Okay, und dann... Was haben wir denn noch? Startbereich. Okay. Ich lasse das nochmal, dann... Perfekt. Okay. Okay, so. Ich nehme gleich noch um 100.000 Engel. Ah, verdammt. Oh, ein Störmer. Gemino. Wir haben uns einen blauen Engel, wir haben uns einen fetten Zeitbonus. Ah, renn! Komm, run! Ah, lauter! Sondergewürzmittel Wunder, das ist ruhig für die Sterne. Komm, ran, jetzt? Wunder, du denkst. Em Klasse. Hey! 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 ja das soll reichen Oh, wir hätten es beinahe geschafft. Wenn wir noch einen besseren Zeitbonus hätten. Nein, nein, das steht schon. Na, ich bin das gerade geben, wenn wir noch schneller gewesen. Wir haben schon mal den A-Rang mit Leichtigkeit. Zeitbonus A1. Was ist A1? Können wir jetzt schon vielleicht den S-Rang kriegen? Probieren wir gleich den S-Rang zu holen, würde ich sagen. Zeitbonus. Erhöht ihr den Zeitbonus, wenn sie treffen. Ich denke mal, wenn wir den Dings kriegen. Ist nicht verkehrt. Okay, und auf geht's. Lauf, Mädchen, lauf. Lauf, Mädchen. Was? Oh, fuck. Ah! Ne, 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 fuck. Neustarten. Verdammt. Das war schlecht gemacht gerade. Ich hätte die Flasche nicht mitnehmen sollen. Ich hätte die Flasche nicht mitnehmen sollen. Verbesserte ist... Stopp. Stopp. Ich habe hier nicht geworfen. Ich habe hier nicht geworfen. Bei Halt. Ah, neue Route. Neue Route. Okay. Okay, wir holen uns erst hier oben. Wir gehen erst nach hinten. Können größeren Zeitbonus raus, wenn wir den noch noch den blauen Engel killen. Ah, was mache ich denn? Doe Engel. Um... Um... jetzt lauf doch mädchen mir du bist so eine lahme kröcke oh du 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 ah verdammt aber das ist doch nicht unbedingt das schnellste jetzt verdammt da fach lauf der mädchen Die läuft mit dem Scheiß-Controller nicht wie ich will. Ich sag's euch, das liegt nur an dem Scheiß-Controller, ey. So, wir nehmen Zeit-Bonus mit und Feuerkraft mit. So, wir nehmen Zeit-Bonus rauszukriegen, aber eben einen signifikanten Fehler gemacht, wenn sie denn mal laufen würde. Jetzt kann ich irgendwie noch den hier vorne abknallen. Soll noch rein, um den hier unten zu kriegen, wenn ich mich beile. Scheiße, ah, knapp. Ah, knapp. Knapp, knapp, knapp. Oh, dang. Das sollte reichen jetzt, das sollte gut reichen. Jawohl, Baby. So kriegt man einen S-Rank. Die kombinierten Mahlzeiten machen's aus, die kombinierten Mahlzeiten machen's aus und oben den blauen Engel gut nutzen. Oh, Moment mal. Das ist grad mal. Eben haben mir zwei Stücke gefehlt, die ich nicht mit dem blauen Engel erwischt habe. Die ist halt einiges ausgemacht. Ja, ich kann... ...de glatt bei McDonald's jetzt anfangen. So läuft die McDonald's Grundausbildung ab. Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal das erste auf S-Rang. Schön, schön, schön. Ging ja relativ zügig. royal. Es gibt einen Doppel-S-Rang. Einen Doppel-S-Rang. der nochmal 43 Sekunden schneller ist. Ernst?